So, dann wollen wir mal weitermachen. So, dann gehen wir mal. Also, diese Geister greifen uns jetzt ja ab und an mal an. So, dann gehen wir mal. 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 Was ist das? So, jetzt sind wir hier umhaut. Dann müssen wir über allem schenken. Und wieder wird ein Checkpoint gespeichert. Okay. 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 So. Okay. 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 Alma. Mein Baby. Gib ihn nie zurück. Gib mir mein Baby wieder! Du wirst Gott unter Menschen sein. Bring sie zum Gewölbe zurück. Nein! Mein Baby. Ich weiß, wer sie sind. Und schon wieder sind alle Waffen beraubt. Scheint dauert es schon in dem Spiel zu sein. Also wir haben jetzt wieder nur die Pistole. Was? 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 Dann schritten wir einmal hier raus. Dann schritten wir mal hier raus. Das war's. 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 Das war's.